Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, jetzt gibt es ein Video, das ich eigentlich schon vor zwei Wochen vom Urlaub abgedreht habe, aber aus Versehen gelöscht habe. Tja, so ist das, aber jetzt drehe ich das Ganze nochmal schnell für euch ab. Das ist ohnehin eh nur ein kurzes, informatives Video. Und zwar, what is in my Wickeltasch? Genau, und hier ist das gute Stück. Einige von euch, die meine Vlogs verfolgen, kennen die Tasche schon. Und zwar ist das eine Wickeltasche. Wickelbeutel, nein, eine Wickeltasche von Lessig. Ich hoffe, der fokussiert jetzt. Genau, zuallererst die Wickeltasche habe ich mir erst gekauft, als die Maus schon da war. Ich habe die ganze Zeit hin und her überlegt, ich habe mich in dieses Modell verliebt. Meine Schwester hat die gleich in einem Turkis oder Mint. Und ja, mir war die aber ein bisschen zu teuer, weil ich glaube, im Geschäft hatte ich die für 130 gesehen. Und bei Amazon habe ich sie dann für 110, glaube ich, gefunden. Ich verlinke auch die Wickeltasche nochmal in der Infobox, für diejenigen, die Interesse haben. Und ja, ich dachte am Anfang, ich hole mir einfach eine normale Handtasche, die ein bisschen größer ist, so wie so eine Shopper oder so mit ein paar Taschen. Im Endeffekt habe ich mich dann doch dafür entschieden und ich bin super, super glücklich und zufrieden. Ich denke, man braucht hier zwei bis drei Jahre eventuell, wenn noch ein Kind kommt, noch länger. Und ich kann euch sagen, ich wurde bis jetzt schon so oft auf meine Tasche angesprochen, von ganz vielen Müttern oder auch Nicht-Müttern, dass die Tasche einfach total schön hochwertig ist. Und so ist das auch, wie man das von Lässigkeit kennt. Ja, die Tasche ist in so einem Rosé, die hat so drei verschiedene größte Henkel. Also einmal hier so ganz lang, für die einfach so umzuhängen. Dann solche, dass man die auch so nehmen kann, aber die auf der Taillenhöhe hängt. Und dann aus Leder gehe ich jetzt mal von aus, noch so kürzere, dass man die einfach in die Hand nehmen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das normal ist, dass man alle fünf Henkel dran hat, weil hier sind auch so Clips, dass man die einfach abmachen könnte. Aber ich habe einfach alle dran. Ich finde, das sieht jetzt auch nicht komisch aus. Und für mich ist es so in Ordnung. Dazu sind dann hier noch solche zusätzlichen Laschen. Und mit der Tasche geliefert wurden auch von Lässig diese Halterungen für den Kinderwagengriff. Die kann ich euch super empfehlen, auch wenn ihr keine Tasche von Lässig habt. Die Griffe oder diese Befestigungsdinger gibt es auch einzeln zu kaufen, auch bei Amazon. Ich verlinke das auch noch mal in der Infobox. Und ja, da braucht ihr halt an der Tasche nur irgendwie so Laschen, wo ihr das festmachen könnt. Da ist ein Klettverschluss, da macht ihr es an den Kinderwagengriff und könnt die unten einrasten. Und das ist super praktisch, weil die Tasche dann quasi an diesen zusätzlichen Dingern so hängt und man dann alles dran kommt. Dann hat die Tasche, um genau zu sein, drei Fächer, zwei außen und ein mittleres Fach. Am Anfang war es so, dass ich, weil ich habe ja keine normale Handtasche dabei, sondern das ist ja jetzt auch meine Handtasche mit in einem, immer mich ganz verrückt gesucht habe, wenn ich irgendwas gebraucht habe. Auch Marco, oh Gott, wo ist mein Portemonnaie und dann wühlt man da rum. Also habe ich das für mich so umgesetzt, dass ich in den äußeren Fächern, also hier unten und hier oben, meinen Kram drin habe. Und in der Mitte, was auch das größte Fach ist, ist Marlies Kram. Und ich würde sagen, einfach, weil es passt zur Wickeltasche, fange ich mit Marlies Kram an. Also hier ist auch ein Reißverschluss in der Mitte. Ja, wenn ich jetzt unterwegs bin, packe ich auch mein Portemonnaie in die Mitte, mache das zu und das Handy auch in das Innentaschenfach, damit mir das nicht geklaut wird. Ansonsten ist aber mein Kram immer in den Außenfächern. Ich fange direkt an. Die Tasche wird mit Zubehör geliefert und zwar einmal mit einer Wickelunterlage. Die sind im gleichen Design. Die finde ich super praktisch, habe ich auch schon mega oft benutzt. Zum Beispiel, wenn man irgendwo in öffentlichen Wickelräumen wickeln muss. Ich will mein Kind nicht da drauflegen. Ich weiß nicht, wer das sauber gemacht hat. Und deswegen habe ich sowas immer dabei. Anfangs hatte ich auch von DM diese Einmalwickelunterlagen immer dabei, aber die knittern irgendwann so, weil die halt so lose sind. Und das ist einfach mega praktisch. Das ist halt hier so geschichtet. Außen, wie gesagt, der Stoff von der Wickeltasche. Und ja, man kann die Maus entweder so längs drauflegen, wenn sie noch nicht so groß sind, oder halt hier nur mit dem Windelbereich. Und wie gesagt, die mag ich super gerne. Die kann man dann so klein zusammenfalten und passt dann super in die Tasche. Genauso habe ich dann hier so eine Wickeltasche in der Wickeltasche, sage ich jetzt einfach mal. Die habe ich von einer Freundin zur Geburt geschenkt bekommen. Und die ist aus einem Davanda-Shop. Hier steht jetzt drauf, Frieda Fröhlich. Wie gesagt, ich habe sie nicht selbst gekauft, aber könnt ihr ja mal schauen, ob ihr die findet bei Davanda. Und ja, das ist quasi, kennt ihr bestimmt auch. Die sind ja so selbst genäht. Das ist halt so eine Windeltasche. Hier habe ich jetzt einfach ein paar Windeln drin. Und zwei Pampers, eine Babylove, einfach, ja, weil die halt immer drinstecken. Normal habe ich immer vier Windeln. Dabei muss ich gleich noch eine reintun. Ich habe aber die Tasche mir jetzt einfach geschnappt und nichts mehr umorganisiert. Also das ist wirklich so meine Wickeltasche, wie ich sie jetzt mitnehmen würde. Dann habe ich hier so eine Packung Feuchttücher von Babylove. Die kleine Packung mit 30 Tüchern drin. Genauso von Babylove feuchte Waschlappen. Ja, falls die Maus, die greift ja jetzt schon ziemlich viel, steckt sich alles in den Mund. Und falls man die Hände oder das Gesicht mal sauber wischen muss, nehme ich lieber so einen feuchten Waschlappen. So ein Ding hier ist mega praktisch. Vielleicht könnt ihr selber nähen, vielleicht habt ihr eine Freundin, die den nähen könnte. Oder schaut doch einfach mal in Davanda Shops vorbei. Ich weiß, da gibt es zigtausend verschiedene Motive. Ist super praktisch, weil wenn ich jetzt da drin nur einzeln die Windeln und die Feuchttücher suchen müsste und so, das hier hat man immer so schnell gegriffen. Man findet es von den Farben direkt und wenn ich sie jetzt wickeln gehen muss, nehme ich mir einfach die zwei Sachen, klemm mir die hier so unter den Arm, nehme die Mali und dann gehe ich die irgendwo im Bad oder was weiß ich wo wickeln. Und das ist echt super praktisch. Dann geht es weiter mit Wechselklamotten. Am Anfang habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, dass man Wechselklamotten braucht. Bis zu einem Tag, wo ich dachte, ach, packst du heute mal Wechselklamotten ein, wolltest du ja die ganze Zeit schon machen. Und an dem Tag hat sie die Peppers gesprengt. Alles kam oben übergelaufen. Der Body hinten war alles voller Babykacke. Und ich habe Gott gedankt, dass ich Wechselklamotten eingepackt habe. Also absolutes Must-Have in eurer Wickeltasche. Packt euch Wechselklamotten ein. Und deswegen ist der nächste Punkt auch natürlich die Wechselklamotten. Und dann zeige ich euch, was wir jetzt einfach so im Moment im Juni mit dabei haben. Wir haben einmal einen Kurzarmbody, so einen Wickelbody in 62, in ganz einfachen weißen, einfach dabei. Dann, es kann auch im Juni noch ein bisschen kälter sein, und man ist morgens unterwegs, man ist abends unterwegs, habe ich zusätzlich noch ein kleines Polöverschen dabei. Das ist jetzt eine 62,68 von Lidl. Die fallen immer ein bisschen größer aus. Und weil ich das jetzt noch nicht so oft anziehen würde, weil es noch ein bisschen zu groß ist, aber es wäre jetzt kein Problem, sie anzuziehen, habe ich es in der Wickeltasche. Und somit, also ich finde das ja schade, die schönen Klamotten jetzt in die Wickeltasche zu packen, aber die hässlichen will man ja auch nicht reinpacken. Und so habe ich das ganz gut gelöst. Also sie passt noch nicht perfekt rein, aber wenn mal ein Malheur passiert, dann kann man ihr das auf jeden Fall anziehen. Aber ich habe das noch nicht gängig in meiner Wickelkommode. Dann habe ich dabei, das war Marli, dann habe ich dabei eine Jacke, und zwar ist das ihre rosa, eine Collegejacke. Die ist von H&M, auch in der 62. Und dann habe ich einfach noch dabei eine Stromfose, eine schwarze. Die ist jetzt von H&M, das ist eine 56. Allerdings fallen die H&M Sachen immer ein bisschen größer aus. Also die passt ihr mit viereinhalb Monaten immer noch sehr, sehr gut. Und anstatt ich da jetzt eine Leggings, eine Pumphose, sonst was mitnehme, finde ich das jetzt auch nicht schlimm. Wenn da jetzt was passiert, dann kriegt ihr halt nur eine Stromfose mit einem Body an. Dann haben wir auch immer dabei ein Mützchen, und zwar jetzt im Sommer so ein leichteres Mützchen. Das ist auch von H&M, gab es in so einem Set. Ist jetzt eine 68, passt ja aber auch schon super. Ich habe bei H&M, bei H&M habe ich eh mal das Gefühl, dass die Klamotten total groß ausfallen, die Mützen aber total klein. Also wie gesagt, die 68 passt ihr jetzt schon. Und die ist auch total süß. Dann haben wir noch ein Sonnenmützchen dabei, weil man weiß ja auch nie. Und das ist jetzt von C&A, aber eine 62 mit hier so einem Schleibchen. Ja, mit einem bisschen länger für in den Nacken. Und wie gesagt, bei den Temperaturen im Moment muss das auch sein. Und das ist quasi wirklich an Wechselklamotten dabei, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Dann, was man auf jeden Fall auch niemals nicht dabei haben sollte, ist ein Spucktuch. Ja, wir haben auf jeden Fall immer ein Spucktuch dabei. Das hier ist jetzt so ein großes. Die habe ich damals im Vierer-Set bei Amazon bestellt von Bonio. Heißt das so? Das ist die Marke von Baby Walz. Kann ich euch auch gerne mal verlinken, weil ich finde die qualitativ. Es waren, glaube ich, drei oder vier Stück für 10 Euro oder so. Fand ich die echt super, weil die sind so groß. Die, weiß ich nicht, die laufen nicht ein beim Waschen. Und von der Qualität echt super. Wie gesagt, so ein Spucktuch haben wir auch immer dabei, weil ich meine, ja, Babys spucken immer mal. Von daher kann das immer passieren. Genauso im mittleren Fach haben wir noch Spielzeug dabei. Ich habe zwar auch immer Spielzeug, wenn wir dann losfahren, dass ihr Maxi Kosi ein bisschen spielen kann. Oder man guckt ja eh, was nimmt man vielleicht noch mit. Das ist jetzt einfach immer so in der Tasche. Das ist einmal ihre Püppi. Die liebt sie abgöttlich. Schön bunt und aus Plastik, ist ja klar. Knistert hier noch so, haben wir von meiner Schwester, glaube ich, zu Ostern bekommen. Und hier noch so ein Raschelelefant, der auch hier so ein bisschen, den Maxi auch total gern. Also alles, was so Augen hat, findet Mali total toll. Dann ist hier in dem mittleren Fach noch so eine kleine Tasche, die auch hier so befestigt ist. Die kann man natürlich aber auch rausnehmen. Finde ich aber ganz praktisch. Ich habe jetzt hier drin einfach ein paar Stilleinlagen. Und hier ist jetzt noch so ein kleines Pflegeöl von HIP, so eine Probe dabei. Und zwar ist es so, dass wir jetzt zum P-Chip gehen. Da werden die Kinder immer am Ende nochmal so ein bisschen massiert. Und damit ich das nicht immer neu einpacken muss, ist es einfach da drin. Zusätzlich ist bei dieser Wickeltasche auch noch so ein Thermoflaschenbehälter dabei, wie es die auch im DM oder so gibt. Also auch in diesem Stopp, innen drin mit so Alu, dass man, wenn man jetzt ein Fläschchen fertig hat oder heißes Wasser mitnimmt, das auch lange warm bleibt. Das habe ich jetzt nicht drin, weil ich stille immer noch voll. Wir benötigen das nicht. Ansonsten, ja, habe ich jetzt hier noch Tempos. Das kaufe ich immer. Ich fühle mich so unsicher, wenn ich ohne Tempos unterwegs bin. Und dann haben wir in diesem mittleren Fach noch so ein kleines Innenfach, wie man das von so Taschen ja auch kennt. Und in diesem Innenfach mache ich eigentlich die Sachen immer rein, die so klein sind, die man sonst ewig tut. Hier haben wir noch mehr Tempos. Also ich bin ein kleiner Tempos-Suchti. Und dann haben wir hier eine Schnullerbox mit einem Schnuller. Also sie hat zwar dann eh mal einen Schnuller, wenn wir dann losgehen oder so, aber falls wir den verlieren würden oder ich weiß es nicht, sie hat halt immer so einen von Nuck, der auch in so einem Probepäckchen drin war. Den findet sie total toll. Der ist eigentlich schon zu klein für sie. Aber sie nimmt auch die von Mamm und ja, für den Papa natürlich einen BVB-Schnuller. Und manchmal, weiß ich nicht, braucht sie ein bisschen mehr zum Nuckeln. Und dann gebe ich ihr den Mamm-Schnuller. Und das ist jetzt hier so eine Schnullerbox von DM ist die, glaube ich. Genau. Und da könnt ihr auch die Schnuller direkt desinfizieren mit oder abkochen. So nennt man das. Da kommt ein bisschen Wasser rein, der Schnuller rein. Genau. Und dann kommt er in die Mikrowelle und dann sind die schon abgekocht, die Schnuller. Auch super praktisch. Aber wir kochen das eh immer alles in einem großen Topf, weil ich ja auch Stillhütchen benutze. Also ein Schnuller ist auch immer mit dabei. Das sind dann die gelben Boxen von Medela. Hier wäre jetzt im Normalfall, wenn ich jetzt losdüse, noch ein Stillhütchen drin. Oder zwei Stillhütchen, je nachdem. Ist natürlich jetzt keins drin, weil wir jetzt zu Hause sind. Die mache ich ja immer frisch rein, weil ich die natürlich auch immer abkoche. Aber von Medela habt ihr dann auch diese kleinen Boxen mit dabei, wenn ihr euch ein paar Stillhütchen kauft. Und das ist auch immer mit in diesem mittleren Fach mit drin. Ja. Dann genauso sind immer Brillenputztücher dabei, weil als Mutti, also ich schaffe es einmal fast nicht mehr, mich zu schminken. Und ich schaffe es auch meistens so. Ich vergesse es mir, meine Brille morgens sauber zu machen. Und ich hasse das. Mit einer dreckigen Brille irgendwo hinzulaufen. Also Brillenputztücher müssen sein, weil meistens komme ich dann irgendwo an, schaue nochmal in den Autospiegel und denke, Mist. Und dann kann ich mir die Brille nochmal sauber machen. Dann haben wir jetzt hier einfach noch ein paar Haare. Dann haben wir jetzt hier noch zwei Bonbons. Keine Ahnung, habe ich auch immer dabei, falls man mal das Gefühl hat, man hat einen Mundgeruch. Ich weiß es nicht. Und dann sind hier noch ein paar Kosmetik-Sachen von mir. Zwar einmal ein kleiner Handspiegel. Sowas brauche ich immer in meiner Handtasche, weil, weiß ich nicht, wenn ich mir die Nase geputzt habe, will ich einfach nochmal kontrollieren, ob da auch alles weg ist. Ob ich was zwischen den Zähnen habe, keine Ahnung. Dann von Catrice die Camouflage-Cream. Na, habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Finde ich super, gerade zum Augenränder kaschieren und so ein bisschen die Rötungen. Braucht man auch kein Make-up. Dann ein Plistex, wo auch ein Haar dranhängt. Es tut mir leid. Und mein Lippenstift, das ist so eine Bärenfarbe von Astor. Ist der, der ist schon uralt, die Nummer 008. Liebe ich aber abgürtig. Und hier habe ich einfach noch zwei Haarspangen drin. Keine Ahnung, wenn ich mir mal die Haare irgendwie nach hinten machen will. Und ja, das war es schon. Jetzt packe ich das nochmal schnell ein und dann geht es weiter mit den Außenfächern. So, außen ist da gar nicht mehr so viel drin. Da ist eigentlich im Normalfall nur mein Portemonnaie drin. Das ist jetzt hier so ein pinkes von Michael Kors. Also eigentlich mag ich Michael Kors nicht mehr so, aber vor drei Jahren, als wir in den USA waren, habe ich mir das in New York gekauft. Und weil das für mich immer eine positive Erinnerung hat, ist das natürlich immer mit dabei. Ich brauche euch jetzt nicht zu sagen, was in einem Portemonnaie drin ist. Ich denke, ihr wisst das. Dann meine Sonnenbrille mit Sehstärke. Habe ich mir auch angewöhnt, die einfach immer in der Wickeltasche zu haben. Weil wenn man spazieren geht oder sonst was und die Sonne kommt raus, echt Gold wert. Ansonsten noch mehr Tempos. In der anderen Seite, wer soll es geahnt haben, noch mehr Tempos. Eine Fusselbürste. Wir haben zwei Katzen. So oft gehe ich raus, habe schwarze Sachen, schwarze Leggings an und oh mein Gott, alles voller Katzenhaare. Und dann sind nur noch zwei Sachen drin. Einmal eine Handcreme. Ich gehe niemals ohne Handcreme aus dem Haus, weil ich wasche mir so oft die Finger mit Baby und dann sind die Hände so trocken. Ich brauche immer eine Handcreme. Und mein Tingle Teaser, der auch Gold wert ist, verlinke ich euch übrigens auch mal gerne in der Infobox. Und das war es auch schon. Wie gesagt, das ist unsere Wickeltasche. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wenn ihr denkt, oh, da fehlt aber irgendwas, was sich definitiv mal mitnehmen sollte oder was alles erleichtern würde, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Sobald ihr mal irgendwas essen würdet, denke ich, werden da wahrscheinlich noch Babysnacks drin sein, Getränke, Quetschis, ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Aber das ist eigentlich so, womit wir sehr gut fahren und ich liebe, liebe, liebe meine Wickeltasche. Ja, das war es auch schon. Wir wollen jetzt los ins Schwimmbad, deswegen beende ich dieses Video. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch an der Stelle jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem. Und wir sehen uns ganz bestimmt bald wieder. Tschüss ihr Lieben! Tschüss ihr Lieben! Tschüss ihr Lieben! Tschüss ihr Lieben! Vielen Dank.